In wenigen Tagen endet das dritte Quartal und aller Wahrscheinlichkeit wird es bedeuten, dass dann Deutschland dieses dritte Quartal negativ abschließen wird, was die Wirtschaftsleistung betrifft. Mithin wir also nach offizieller Definition dann in einer Rezession sind. Und ich will das heutige Video dazu nutzen, weil die Lage dieser Wirtschaft, die Lage der Menschen in diesem Land zu zeigen und dabei das abzugleichen mit der EZB-Politik, wie segensreich oder wenig segensreich diese Politik war. Und damit allerherzlichste Willkommen, meine Damen und Herren. Inspiriert durch einen herausragenden Artikel meines Kollegen Hannes Zipfel, gestern eine Rezession. Die Party ist vorbei. Welche Party, in der er Dinge zeigte, die immens aufschlussreich sind? Nämlich, dass an den allermeisten Menschen oder an sehr, sehr, sehr vielen Menschen diese Party vorbeigegangen ist, während die Party bei denjenigen, die ohnehin vermögend waren, extrem heftig und intensiv gewesen ist. Schauen wir uns erstmal die Lage an, wie sie sich jetzt wirtschaftlich darstellt. Das ist das deutsche BIP-Wachstum. Wir sehen, wir hatten Anfang oder Ende 2018 schon mal ein negatives Quartal, dann zwei positive Quartale Ende 2018, dann Anfang 2019. Aber das zweite Quartal war negativ und alles deutet darauf hin, dass das dritte Quartal für Deutschland negativ ist, womit wir dann offiziell, technisch gesehen in einer Rezession sind. Schauen wir uns mal ein paar Dinge an, wie zum Beispiel den IFO-Index. Dann sehen wir, dass es im Grunde seit 2018 steil nach unten geht. Der Handelskrieg von Donald Trump, der wurde begonnen im Juni 2018. Wir sehen also, dass der Abwärtstrend nach vorherigem Boom im Grunde schon vorher passiert ist. Dass also der Handelskrieg von Donald Trump den Abschwung, der ohnehin offenkundig zyklisch schon der Fall war, jetzt noch deutlich verstärkt hat, mit geradezu fast ungebremster Wuchte verstärkt hat. Wir sehen hier dann zum Beispiel auch den Einkaufsmanager-Index Industrie aus Deutschland. Hier sehen wir ein ähnliches Bild. Im Grunde ab Anfang 2018 geht es drastisch nach unten. Wir sind jetzt im schrumpfenden Bereich. Die Industrie ist schon länger schrumpfend in Deutschland, der Dienstleistungssektor noch nicht. Aber das wird wohl kommen. Das sind Spätentwickler dann sozusagen, die auf die Entwicklung an den Arbeitsmärkten vor allem reagieren. Apropos Arbeitsmarkt. Hier sehen wir, dass zum Beispiel schon im verarbeitenden Gewerbe die Kurzarbeit massiv zugelegt hat. Das sind im Prinzip Dinge, wie wir sie zuletzt in der Steilheit gesehen haben, eigentlich in der Finanzkrise. Und einmal auch im Jahr 2012, Euro-Krise, da war auch ein bisschen Panik am Start. Aber das sind schon massive Bewegungen, die wir hier sehen. Jetzt kommen wir einfach mal zu ein paar interessanten statistischen Dingen. Was wir hier sehen, ist das Bruttoinlandsprodukt Deutschlands. Was wir hier sehen, sind die Löhne der Arbeitnehmer. Und was wir hier sehen, sind die Reallöhne der Arbeitnehmer. Mithin also abzüglich der Inflation. Und wir sehen, dass hier das BIP deutlich stärker steigt. Dass Unternehmensgewinne, Vermögensanhäufungen von wenigen Menschen deutlich stark gestiegen sind. Während die Mehrheit zwar auch was davon hat, aber sozusagen real dann nach Abzug der Inflation kaum etwas übrig bleibt. Das wird noch drastischer klar, wenn wir uns hier mal die Vermögenspreise anschauen. Hier der rote Chart von Flossbach von Storch. Da sehen wir, dass alleine im letzten Quartal 2018 die Vermögenspreise um über 9% gestiegen sind. Hier sehen wir die Verbraucherpreise. Hier sehen wir die Produzentenpreise. Also wir sehen ein überproportionales Ansteigen von, naja, Immobilienpreisen, Aktienpreisen, Betriebsvermögen gehörte dazu. Wir sehen also hier, wer die Gewinner sind der derzeitigen Lage, der derzeitigen Politik. Denn wir haben ja keine Zinsen mehr. Wir haben sogar Negativzinsen. Also werden diejenigen, die wenig Vermögen haben, wie sollen die sozusagen Vermögenanhäufe über Zinsen? Geht das jedenfalls nicht. Wir sehen dann auch folgende Grafiken, die ich Ihnen zeigen möchte. Nämlich die Nominallöhne, Reallöhne und die Verbraucherpreise. Wir sehen hier die Reallöhne rot. Da hat sich nicht so wahnsinnig viel getan. Da passiert nicht so wahnsinnig viel. Schauen wir uns dann mal die Vermögen in Deutschland an. Da sehen wir hier, dass die obersten 10% oder die reichsten 10% besitzen zwei Drittel des gesamten Vermögens. Während etwa ein Viertel der Deutschen gar kein Vermögen besitzt oder sogar ein negatives Vermögen mithin also Schulden hat. Wir sehen, dass sich also hier diese Vermögenspreisprofiteure in den obersten 10% vor allem fokussieren und konzentrieren. All das bedeutet, dass wir natürlich jetzt möglicherweise ein Thema kriegen, wenn diejenigen, die hier unten sind, nämlich die 20 bis 25%, die überhaupt kein Vermögen haben, wenn jetzt Rezession kommt, wenn jetzt die Dinge deutlich sich abschwächen, dann sind die am stärksten auch betroffen. Normalerweise sind am ehesten eben von Kurzarbeit betroffen, von der Nichtverlängerung von befristeten Verträgen betroffen und dann wird Unruhe in diesem Land entstehen. Da bin ich relativ sicher. Wir kommen ja eigentlich aus der besten aller Welten. Wahnsinnig, was wir tolle Exporterfolge hatten etc. etc. Aber die Party ist eben an vielen vorbeigegangen. Jetzt kann man sagen, woran liegt die ganze Geschichte? Es liegt natürlich auch an der Geldpolitik der EZB, aber die ist eher ein Symptom, nicht die Ursache. Die Ursache ist die, dass wir westlichen Gesellschaften stetig an Produktivitätswachstum verlieren. Wir werden weniger produktiv. Das ist das Grundproblem, das Clemens Füst als einer der ganz wenigen wirklich klar benannt hat. Wir haben eine immense Verschuldung, vor allem die sogenannte implizite Verschuldung, also praktisch die inländische Verschuldung, Finanz-, Pensionsversprechen etc. etc. Und die müssen wir stemmen, angesichts einer kleiner werdenden Arbeitnehmerschaft, die immer mehr Nichtarbeitende wird, versorgen müssen. Und auf der anderen Seite eben die nicht vorhandenen Produktivitätsfortschritte. Das ist das große Problem. Da werden wir sozusagen lange dran zu knabbern haben. Da kann die EZB nichts dafür. Aber die EZB kann etwas dafür für diese Umverteilungspolitik. Denn Mario Draghi hat ja bei der letzten Sitzung gesagt, naja, wir haben schon ein paar Diskussionen gehabt, aber hat verschwiegen, dass sowohl Deutschland, Holland, Österreich haben dagegen gestimmt. Insgesamt haben die Länder, die dagegen gestimmt haben, 56% des Eigenkapitals der EZB und stellen 60% der Wirtschaftsleistung dar. Haben aber angesichts eben der Wahlsystematik innerhalb der EZB nur 25% der Stimmen. Das heißt, die Mehrheit, die das ökonomische Gewicht auf die Waage bringt, hat nur ein Viertel der Stimmen und kann deswegen von Draghi und den Südländern ganz locker überstimmt werden, wie hier Hans-Werner Sinn in einem Artikel für Project Syndicate nochmal klar gezeigt hat. Und das ist das große Problem. Wir haben also in der Boomphase die Schere zwischen den Vermögenspreisen und den Löhnen immer weiter auseinander gehen sehen. Jetzt sind wir in der Situation, dass die EZB mit derselben Medizin versucht, das Problem anzugehen und nicht wirklich einsehen will, dass die Medizin, die sie bereits gegeben hat, nicht wirklich wirkt. Wir sehen, dass die Kreditvergabe zwar ein bisschen gestiegen ist, dass aber die Banken nach wie vor genauso viel Geld parken bei der EZB, sogar viel mehr noch als bevor es diese negativen Einlagenzinsen gibt. Also es ist schon sehr merkwürdig, dass die Ideologen innerhalb einer Notenbank in der Lage sind, die Realität so komplett auszublenden und zu sagen, naja, nicht unsere Ideologie ist falsch, sondern dann ist eben die Realität falsch und da wird sich dann einiges ändern müssen. Schauen wir uns jetzt abschließend nochmal am heutigen Verfallstag an den Märkten, wo es wenig neue Nachrichten gibt. Wir haben in China eine Zinssenkung bei den Einjährigen Ausleihen, nicht aber bei den Fünfjährigen, was der Markt erwartet hatte. Ansonsten wird wohl wirklich eine chinesische Delegation in den Mittleren Westen reisen, um Landwirtschaftsproduktkäufe vorzubereiten. Man will einen kleinen Deal machen, heißt es, aber Donald Trump wird mit diesem kleinen Deal wohl nicht wirklich weiterkommen. Wir sehen jedenfalls den S&P 500 nach dem gestrigen Spike nach oben nochmal, jetzt bei 3.06 Punkten. Ähnliches Bild beim Dow Jones, 27.106. Der DAX, der hält sich nach wie vor über der 12.000er Marke, trotz Beginn in der Rezession. Wir sehen den Euro-Dollar bei 1.1056, sehen Gold nach wie vor knapp über der 1.500er Marke und wir sehen das amerikanische Crude Oil, 58,61 Dollar. Wir haben jetzt die Situation, dass die Saudis eigentlich reagieren müssen. Die Schuldzuschreibung steht fest. Eigentlich muss da was kommen, sonst fühlt sich möglicherweise der Iran ermutigt. Schwer vorstellbar, dass diese Technologie wirklich von den Houthis kommt. Das muss irgendwer zugeliefert haben, da muss irgendwer die Dinge hier gesteuert haben und das kann eigentlich nur der Iran sein. Jedenfalls ist das jetzt eine prekäre Situation. Der Ölpreis hat vielleicht ein Abwärtspotenzial von 2, 3, 4 Prozent nach unten. Wenn nichts passiert, aber wenn was passiert, dann hat er vielleicht 20, 30, 40 Prozent nach oben. So wäre etwa meine Einschätzung. Also, das ist in Deutschland zu Beginn der Rezession. Ich finde, darüber wird viel zu wenig gesprochen, auch dass wir Deutschen, Holländer, Österreicher, viel zu wenig faktisch zu sagen haben bei einer Geldpolitik, die auf jeden Fall für uns schädlich ist, die Exportindustrie in Deutschland ein bisschen aufgepimpt hat, aber wir zahlen jetzt die Zeche mit Target-3-Seiten, etc., etc. Das ist undemokratisch, das ist ein nicht demokratisch legitimierter Prozess und es gehört sich nach meiner Auffassung so, wie Hannes Zipfel das gemacht hat, das einfach mal zur Sprache zu bringen. Ich empfehle Ihnen also dringend, diesen Artikel zu lesen. Die Charts übrigens, falls ich das vergessen haben sollte, sind von Capital.com, aber hier sehen Sie doch mal den Artikel meines Kollegen Hannes Zipfel lesen. Und jetzt sage ich Servus und Ciao. Ciao.